HQ und Echo, Bericht! Hey, was zur Hölle machen sie beide da? Wir müssen evakuieren, los! Wir haben Spuren des T-Virus im Gas festgestellt. Wir wollen dort nach Evakuierten suchen. In Ordnung, dann los. Bleiben Sie weg vom Gas! Klar, keine Sorgen. Schießen! Hier drüben! Alles okay? Wie ist das denn aus? Die Kacke ist ganz schön am Dampfen. Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Wir sind auf dem Weg zum Tor, um nach den Evakuierten zu sehen. Wir haben draußen einen Wagen, wenn Ihnen das hilft. Moment, ich mach auf! Verzimmt! Wir müssen los! Hey, los! Los jetzt! Ich mach das! Los, los! Gleich vor der Tür! Los! 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 Ah! Untertitelung des ZDF, 2020